So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und es ist immer noch so warm, obwohl es geht eigentlich gerade. Der Hannes ist auch am Start. Hannes, hallo. Guten Morgen. Das war der Hannes, genau. Dann seht ihr nämlich hier, da haben wir drei Schatten. Das ist alles dasselbe. Warum haben wir da drei Schatten? Weil es gibt ja ein neues Pokemon. Da könnt ihr gleichzeitig auch mal hier gucken, was eure Freunde so machen. Da steht nämlich, fangen 600 Millionen Pokemon vom Typ Wasser. Alles klar. Wir haben 97 Millionen. Wer das jetzt noch nicht wusste, es gibt diese globale Herausforderung. Wir brauchen 600 Millionen. Wir haben 97 Millionen. Und wenn wir das schaffen vor Event Ende, dann kriegt man bis zum Event Ende dann doppelt Fang Bonbons. Hey, da seht ihr immer, wer ihr seid und ihr seht von euren Freunden, wer der heftigste ist. Ich habe 126 Pokemon vom Typ Wasser gefangen. Warum? Ich schlafe nachts. Wer schläft nachts nicht? Blood and Tears. Die hatten nämlich schon 852. Richtig brutal. Bei den anderen sehe ich leider gar nicht, wer das ist, weil da überall nur ein X dran steht. Das sind die Spitznamen, die ich dran gemacht habe und jetzt zeigen die mir nicht mal, wer das ist. Sieht aber interessant aus. Zum jetzigen Zeitpunkt hier hat also mein Platz Nummer 1 852 Wasser-Pokemon schon gefangen. Grüße gehen raus an die Sarina. Der Ramses hängt ganz hinten. Wie viel hast du, Hannes? Weißt du das? Zwei. Zwei. Da bin ich ja. Zwei dabei. Ich habe gewonnen. So, nebenbei, also diese globale Herausforderung habt ihr ja jetzt, das neue Event Lapras mit Schleife aus Raids und sonst wie. Gleichzeitig gibt es ja hier noch ein Pony-Abenteuer, also diese Forschung, die zum Eintritt von Kabukime kam. Und was ich heute jetzt mit euch zeigen und besprechen möchte, ich habe noch das letzte Kapitel vom Pokemon Luftabenteuer in Okinawa. Guckt euch mal an, wie man Okinawa schreibt. Okinawa, das möchte ich jetzt erstmal fix abholen. Das habe ich bis jetzt nämlich noch nicht abgeholt. Da gibt es ein Log-Modul und da gibt es Mega-Energie für Latias, Latios. Hier ist noch ein Pokemon drin, in einer Pokemon-Belohnung. Jetzt geht es nicht mal raus, oder was? Hä? Es hängt jetzt einfach hier oben. Es hat es einfach... Wow, ein Pikachu mit Luftballons. Ach, ist das passend. Genau um dieses Pikachu mit Luftballons soll es nämlich heute gehen. Ihr wisst ja, während des Luftabenteuers, bei uns gab es Pikachus mit Ballons, was es schon damals gab. Und in Okinawa hatte es andersfarbige Ballons und konnte auch wieder shiny sein. Und diese Ballons finde ich sogar viel cooler, viel besser, als die, die wir haben. Ich finde die Farben einfach cool. Jetzt ist das schon wieder hier zurückgegangen. Was ist das denn? Ich nehme gerade mit dem iPhone auf. Das ist Hildburghausen gefangen. Hat 14, 12, 15. Jetzt haben wir die Forschung hier, glaube ich, abgeschlossen. Na gut, wir müssen die Mega-Energie noch abholen. 100 Latias, 100 Latios. Ein Log-Modul. Das hier ist die Giovanni-Forschung. Da möchte ich ja warten, bis der sein Pokémon wieder wechselt, damit ich dann direkt mir das neue Krypto holen kann. Ansonsten ist alles abgeschlossen, außer hier das Pony-Abenteuer. Das machen wir jetzt aber nicht. Das können wir zum Schluss vielleicht machen. Denn ich hatte ja ein Ticket für Okinawa. Und da gab es ja am Wochenende auch zwei Tage fette Ausbeute. Und jetzt hieß es dann, Ramses, machst du vielleicht mal ein Video zur Ausbeute, was gab es in Okinawa. Theoretisch gab es die gleichen Spawns wie bei uns vom Luftabenteuer. Aber zusätzlich halt dieses Pikachu mit dem Hemd und dieses Pikachu mit den andersfarbigen Ballons. Und mit dem Ticket waren im Event-Zeitraum die Shiny-Raden extrem erhöht. So ein Ticket hat, ich glaube, 7,50 Euro gekostet. Und du konntest zwei Tage lang spielen am Wochenende. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, was ungefähr bei rausgekommen ist. Und weil ich so eine schöne Ausbeute habe, wollen wir natürlich auch noch ein Gewinnspiel machen. Dazu aber dann, jetzt muss ich erstmal reinschauen. Das war hier Kangama Raid Day. Der ist also uninteressant. Wo hat das jetzt eigentlich angefangen? Das hat angefangen mit, hier seht ihr schon, das ist das Pikachu aus Okinawa mit dem Hemd. Das kriegt man also ein ganzes Jahr lang in Okinawa. Sieht das gut aus. Das könnten wir auch mal verlosen, aber nicht so, sondern als Shiny natürlich. Weil das ist ja dann interessanter und wertvoller. Aber heute geht es nicht um das, weil das geht ja ein ganzes Jahr. Heute geht es ja Abschluss des Luft-Events und deswegen gibt es andere Sachen. Hier habt ihr Mautzi zum Beispiel. Mautzi ist da häufig aufgetaucht. Carpador, Driftlon. Driftlon immer noch sehr cooles Shiny, oder? Dann, was haben wir noch gehabt? Was haben wir noch gehabt? Wir haben wieder dieses Pikachu, das Pikachu. Anton ist hier dabei in seiner schönen Eisbonbon-Farbe. Damals Safari Zone Brasilien wurde das eingeführt. Da haben sich alle drum gestritten. Fritzl Bitz ist am Start. Hier Pummelow, Shiny noch mitbekommen. Winguel, Dodo, lauter solche Faxen, Karadonis. Erst war es selten, jetzt gibt es überall jetzt ein Shiny-Raupi dabei. Ihr seht, das ist mega viel Waumball. Waumball auch, relativ frisch im Spiel als Shiny. Dann geht es hier wieder weiter. Ihr seht, ganz nacheinander. Du fängst mal dieses eine mit dem Hemd, dann fängst du wieder dieses eine mit den Luftballons in Shiny. Das war auf jeden Fall sehr brutal. Ponyta ist ja auch noch am Start. Auch schöne Farbe. Hier ist ein Shiny Togetic drin. Glumanda, Bisa Samen. Da waren auch die Starter dabei. Und natürlich auch Shiki, also auch von den Startern alles bekommen. Hier Tentara, was auch richtig genial aussieht. Hannes gestern auch Tentara drauf gehabt auf dem Schirm. Dann haben wir weiter hier. Das wiederholt sich natürlich jetzt oft. Goldene Warblue sind auch dabei. Dann habt ihr wieder Kabador Wingull, Ponyta, Endon, Ponyta, Pikachu, Ponyta, hin und her. Torgekiss. Das ist zwar kein Shiny, aber es gab ja auch eine Sammler-Herausforderung im Okinawa-Event, wo ihr auf eurer Sammlermedaille wieder was dazu verdienen könnt. Plus eine Spezial-Forschung, die ich euch ja gerade gezeigt habe, wo man auch, wenn man Fotobombs gemacht hat, Latias und Latios direkt als Fotobomb bekommen hat zum Fang. Auch sehr cool. Und aus der einen Forschung gab es auch Togekiss. Einfach ein fettes, dickes, fertig entwickeltes Togekiss, so zum Mitnehmen. Also das waren schon coole Aufgaben, das waren schon coole Sachen, die da dabei waren, zu einem relativ doch günstigen Preis. Da ist noch ein Glurak, da ein FM. Dann zwischendurch gab es mal ein paar Eier. Hier, Corazon ist ja auch Corazon. Taucht genau wie das Pikachu mit dem Hemd ein Jahr lang jetzt dort drüben auf. Vermehrt. Shiny-Rat ist, denke ich mal, nicht erhöht, aber habe ich jetzt auch. Ein blaues Corazon. Das sieht ja cool aus. Nick. Nick, der Geile. Der wollte ja drei Corazon mal verlosen. Kommt noch. Wir müssen erst mal das über die Bühne bringen hier. Guck, guck, wie viele Pikachus mit Luftballons dann da rumgeflogen sind. Wie viele Corazons, wie viele Trifflons und Mauzis. Da ist ein Robball, da ist ein Dings, da ist ein Bums, da gingen Eier auf. Ah, das darf man ja gar nicht zeigen. Gut, wenn man es nicht zeigen darf. Ich bin nämlich schon wieder gerade am Eier brüten. Wir gucken, dass wir es schaffen, morgen eine Folge Eier hochzuladen, wo gleich dreimal eine Fuhre aufgeht. Suchen wir uns jetzt einfach das Pikachu, um was es geht. Weil das ist das von uns. Und das, wo ist es? Das ist das, was nett von uns ist. Genau. Das können die jetzt gewinnen. Fünf Leute können das gewinnen. Dann machen wir jetzt das halt. Ihr wisst, normalerweise gibt es am Dienstag immer Gewinnspiel. Und man hat eine Woche Zeit, bis zum Montag mitzumachen. Und am Montag wird das dann aufgelöst. Jetzt ist heute bei uns Donnerstag. Weil Dienstag das nicht passt. Da ist es immer zu mit dem Raid-Boss-Wechsel und hin und her. Machen wir es heute von Donnerstag auf den Montag. Ihr schreibt einfach einen Kommentar unter dieses Video. Am Montag, bei Chill mit Ramses im Livestream, wird das Ganze dann wieder aufgelöst. Da wird der Gewinner gezogen. Ihr müsst persönlich dabei sein, wenn ihr gezogen werdet, um euch erkennen zu geben, damit wir wissen, dass ihr das seid. 21 Uhr wird verlost. 20 Uhr startet der ganze Spaß. Ihr schreibt einen Kommentar wieder unter das Video mit eurem Trainernamen. Angabe eures Trainernamens ist auf jeden Fall wichtig, dass man auch wirklich weiß, dass ihr das seid und dass man das zuordnen kann. Nicht, dass einer sagt, ja, ich bin der Heinz, ich habe gewonnen. Und dann gibt er einen Code privat und dann steht da plötzlich Günther und ihr denkt, hm, ich dachte, der heißt Heinz. Und dann ist das jemand anderes, der sich wieder für jemanden ausgibt. Also, Angabe, Trainername, dann wie fandet ihr das Luftabenteuer? Könnt ihr mal ein kleines Feedback hinterlassen? Hat das Spaß gemacht? Wie fandet ihr das Event? Was war eure Ausbeute so? Wie findet ihr dieses Pikachu? Gut, schlecht, nicht so toll, besser als unsere Ballons? Was sagt ihr zu den Farben? Das ist eigentlich ein optionaler Text. Wichtig ist für mich nur euer Trainername, dass ihr anwesend seid, wenn ihr gezogen werdet. Und wir machen wieder ein Hashtag. Weil es so gut passt und weil ja das Go-Fest in Berlin ist und weil das ja ein Luftabenteuer ist, ist der Hashtag einfach Berliner Luft. So, und dann können wir mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt, wo wir wieder Hashtags machen, Berliner Luft. Ich hoffe, ihr wisst, wie man Berliner Luft schreibt. Und damit es ein Hashtag ist, schreibt man es natürlich zusammen. Und damit das besser aussieht, macht man natürlich das B von Berlin und das L von Luft groß. Also, Hashtag Berliner Luft. Euren Trainer Namen in die Kommentare. Und dann gebt halt ein bisschen Feedback, wie ihr das Event so fandet oder warum ihr dieses Pikachu braucht oder nicht braucht. Beziehungsweise, schreibt mal dazu, ob ihr eins schon registriert habt oder nicht. Dann weiß ich, ob das günstig ist oder man erst leveln muss. Ich verlose gerne Pikachus, weil meistens ja bei irgendeinem Event irgendjemand schon irgendeinen Pikachu bekommen hat. Und die dann eigentlich leichter sind zu verlosen. Aber sicherlich gibt es wieder Leute, die ja noch gar keinen Shiny Pikachu haben. Schreibt also am besten hin, ob ihr schon einen Shiny Pikachu habt, egal welche Form. Da weiß ich auch gleich, wie die Tauschkosten sind. Ansonsten war es das von unserer Seite aus. Ein Pony-Abenteuer. Ja, was da drin ist, weiß ich nicht. Das können wir uns auch mal kurz angucken. Da ist ein Tentoxa drin. Das ist ja fett. Da seht ihr gleich nochmal, wie das aussieht, wenn man mit dem iPhone spielt oder mit dem iPhone fangen will. Mal, ob das jetzt flüssiger ist. Toll. Ob das jetzt flüssiger ist und besser aussieht. Der Bildschirm ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Also ein bisschen schmaler. Der andere war immer noch ein bisschen mehr nach links und rechts breit. Der zieht sich hoch. Verstehe ich nicht. Das sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus. Das ist auch nichts. Wir holen das mal auch noch ab hier. So zum Abschluss. Warum setzt es das immer oben erst rein? Wieso gehen die alle nach rechts? Ich kann das so rum gar nicht. Mensch, da lässt du es extra auf den Tisch liegen. Weil du denkst, es ist gemütlicher, so zu werfen. Dann gehen die alle nach rechts. Dann körfst du gegen den Uhrzeigersinn. Obwohl eigentlich ist es ja mit dem Uhrzeigersinn, wenn man es sich richtig überlegt. Es sind aber auf jeden Fall alle schlecht. So, das letzte möchte ich auch noch abholen. Fliegt wieder oben rein. Warum auch immer. Ich dachte immer, man kann das dann direkt fangen. Man muss nicht das oben nochmal rausholen. Also es ist auf jeden Fall flüssig. Es ruckelt nicht. Es sieht gut aus. Aber ich habe auf jeden Fall tausend andere Probleme mit dem iPhone. Jeden Tag ein neues Auftritt und man dann immer gucken muss, wie man das alles macht. So, Montag 21 Uhr, also Verlosung von den fünf Pikachu, Shiny Pikachus mit Luftballons aus Okinawa. Hashtag Berliner Luft. Mit Angabe eures Trainernamens. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und wäre schön, wenn ihr noch dazu schreibt, ob ihr schon ein Shiny Pikachu registriert habt auf eurem Account oder nicht. Ansonsten war es das. Erstmal von unserer Seite aus. Wir versuchen noch die Eier zu brüten. Und melden uns dann später zurück. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und euer Hannes. Tschüss Hannes. Tschüss. Tschüss. Tschüss Hannes. Tschüss. Vielen Dank.